Kennt ihr das, wenn ihr manchmal so, keine Ahnung, so alte Zeugnisse oder so durchschaut und dann mit einem zeitlichen Abstand, wenn ihr älter werdet oder so, so einen völlig neuen Blick darauf gewinnt? Also in der Grundschule hat man ja noch Zeugnisse bekommen mit solchen Texten, also dass da geschrieben worden ist, Maya war eine hilfsbereite und zuverlässige Schülerin oder so. Also und ich will das jetzt gar nicht genau so auf ein spezielles Beispiel beziehen, aber lest euch mal so eure alten Zeugnisse durch irgendwie aus der Grundschule und manchmal, früher habe ich das irgendwie nicht so verstanden, gut, ich war ja auch ein Kind, also als Kind liest du so dein Zeugnis und denkst dir so, boah, guck mal, die Lehrerin hat mich voll gelobt oder so oder wenn dann halt Kritik da stand, hat man ja auch versucht, das dann zu verbessern. Also so habe ich das irgendwie als Kind auch wahrgenommen beziehungsweise habe ich das alles gar nicht so richtig wahrgenommen und verstanden. Und ich muss sagen, jetzt wo ich mir so manche Texte durchgelesen habe und Zeugnisse, dass ich finde, dass unser ganzes Schulsystem für den Arsch ist, komplett. Wie oft ich jetzt gelesen habe, ja, die Heftführung und die Ordnung, also die, wie wird das immer geschrieben? Ja, die Schrift und die Heftführung ließen weiterhin die nötige Sorgfalt und Ordnung vermissen, zum Beispiel so, wo ich mir so denke, wer bestimmt denn, was die nötige Ordnung ist? Wer bestimmt das? Warum muss man Kindern so ein schlechtes Gefühl geben für ihr eigenes Ordnungssystem? Und dann auch so dieses, ja, keine Ahnung, die Schrift ist nicht, das habe ich hier irgendwo gelesen, dass man soll auf sein Schriftbild achten, zum Beispiel, wenn es etwas ungleichmäßig und nicht immer der Lineatur angepasst ist. So, was, was soll das? Warum, warum muss man Kinder in solche, in sowas reinpressen? Vor allem, mir fällt das total oft auf, ich will das nicht so verallgemeinern, aber vor allem Kinder, die unterfordert sind mit den Sachen, die man so in der Schule lernt, die spezielle Interessen haben, die zum Beispiel sehr früh, sehr, sehr schnell denken und sehr weit denken, die auch sehr viel Größeres schon erfassen können. Das sind häufig auch so die Kinder, das ist mir auch in der Schule, also auch auf dem Gymnasium und so aufgefallen, das sind oft so die Kinder oder die Schülerinnen und Schüler, die sind richtig oft krank, also die fehlen ganz oft und haben ganz viele Fehlzeiten. Und das sind genau die, bei denen es immer heißt, achte mal auf dein Schriftbild, also dass du schöner schreibst oder die immer Ärger dafür kriegen, dass ihre Heftführung nicht in Ordnung ist. Ich habe das verdrängt bis eben gerade, aber ich erinnere mich jetzt wieder daran, dass in der Schule wir auch Noten gekriegt haben auf unsere Hefte, also dass wir die so von Zeit zu Zeit, ich weiß nicht, ob das in der Grundschule so war oder auf beiden Schulen, aber ich erinnere mich jetzt wieder daran, dass wir auch so unsere Hefte dem Lehrer geben mussten und der hat die dann so durchgeguckt, durchgeblättert, ob wir dann auch ja alles ordentlich geführt haben. Völliger Quatsch eigentlich, weil jeder ja nach einem ganz anderen System lernt. Und was ist so schlimm daran, beziehungsweise man quält die Kinder richtig, weil wenn du zum Beispiel, wenn dein Kopf sehr schnell denkt und du halt, ja wenn du sehr schnell denkst, dann kommt das auch automatisch, dass du halt dann vielleicht nicht so schön schreibst, weil du halt deine Gedanken schnell aufschreiben willst und irgendwie auch musst. Also je schneller man so denkt, desto schneller fängt man halt irgendwie auch an zu schreiben gefühlt und dann fängt man halt an so unordentlicher zu werden. Und was ich da auch nicht verstehe, in der Grundschule legen die da so sehr viel Wert drauf und irgendwann auf dem Gymnasium war es dann wieder egal, auf eine gewisse Weise, was ja gut ist. Aber warum muss du erstmal den Kindern, warum passiert das, dass du Kindern erstmal vermittelst, deine Schrift ist blöd, deine Heftführung ist, du bist schlampig, das ist typische, du bist schlampig. Warum muss man Kindern, die in so jungen Jahren, die dann noch so formbar sind, warum muss man denen vermitteln, das wäre falsch, so wie sie sind, dass sie schlampig wären, dass sie zu unordentlich schreiben oder so. Warum macht man das? Mich macht das voll wütend. Also mich macht das gerade so richtig wütend, weil wir alle Leute kaputt machen. Wir machen einfach alle Leute kaputt. Mir ist das gar nicht so oft passiert irgendwie, aber ich weiß noch, als es mal von so manchen Lehrern auf dem Gymnasium, hier ist von einem wohlgemerkt, dass er noch nie so ein schlimmes Hausaufgabenheft gesehen hätte und ich nie verstanden habe, bis heute nicht, ich weiß nicht, was der von mir wollte und was ich gemacht habe. Ich habe nichts gemacht, ich hatte sogar eine Hülle, aber irgendwas, ich weiß nicht, irgendwie ist mein Hausaufgabenheft immer so ganz zerfleddert gewesen irgendwann. Aber ja, was soll das? Das verstehe ich nicht. Ich habe noch nie, für mich ist es diese Zeugnisse, die ich gerade lese aus der Grundschule, ich habe noch nie, wie soll ich das sagen, ich habe, das ist so, als würde ich jetzt hinter die Worte blicken können. Alles, was positiv ist, ist so, klar, ist dann toll und dann freuen sich die Eltern darüber und dann kriegst du auf die Schulter geklopft und so, aber alles, was subjektiv dem Lehrer halt irgendwie nicht passt, wird so als Schwäche angenommen, wahrgenommen. Also, ich kann das gar nicht richtig erklären. Ich kann das gar nicht richtig erklären, wie ich das meine. Aber was kann mir irgendjemand erklären? Was ist so schlimm daran, wenn jemand halt so schreibt, wie er schreibt? Klar, man sollte vielleicht irgendwie auf eine Art und Weise schreiben, dass andere das noch irgendwie lesen können soll, weil der Lehrer kann es ja dann nicht beurteilen, wenn er es nicht lesen kann. Aber das ist ja eigentlich schon das nächste Problem, dieses Beurteilen. Eigentlich sollte das doch reichen, wenn jemand so schreiben kann, dass er es selbst lesen kann. Warum müssen das unbedingt andere Leute lesen und beurteilen können und so? Keine Ahnung. Und oft hatten die Lehrer selbst die schlimmste Schrift, wo man dann so den Nachbarn gefragt hat, hä, was steht denn da? Irgendwie, was hat denn der da geschrieben? Warum sind diese Leute, oder auch so dieses, ja, er oder sie hat noch Probleme damit, den Lehrern gegenüber den richtigen Ton zu finden? Das hat so was Richtiges von, das ist der Lehrer und du bist der Schüler und ich bin der übergeordnet und deswegen musst du mich respektieren. Da weiß man schon, was in mir so lag. Also in der Grundschule und so, ich glaube, ich habe mich prinzipiell relativ stark zurückgehalten. Aber so in der siebten, achten Klasse bin ich auch manchmal ausfällig geworden, muss ich sagen. Oder auch im Studium bei Dozenten, weil ich, 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 ähm, ich, äh, habe Respekt vor allen Menschen, aber ich habe keinen Respekt vor Autoritäten, wenn man so möchte. Ich, nur weil jemand mich unterrichtet, heißt das nicht, dass die Person alles mit mir machen darf oder mir sagen darf, was sie mir sagen möchte oder mich. Autorität hat immer so was in sich von, ich setze mich über dich und dann musst du auch akzeptieren, was, wie ich mich dir gegenüber verhalte und du darfst nichts dagegen sagen, weil ich Macht über dich habe. Also zum Beispiel, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, aber in der Schule, äh, ne, so auf dem Gymnasium wurde ich auch nicht unbedingt in meinen Fähigkeiten bestärkt und in meinen Schwächen unterstützt, sondern da hieß es dann halt so, ja, Maja, das ist ja so ein typisches Beispiel, das ich immer nenne, ja, Maja, wenn man dich im nächsten Dorf aussetzen würde, würdest du nicht mehr zurückfinden. Von einem Lehrer wurde mir das gesagt, von meinem Sportlehrer wurde mir gesagt, ja, Maja, meine Schildkröte rennt schneller als du und ich lache drüber, aber das ist gar nicht lustig, weil sich das voll bei einem ins Gehirn einfrisst und weil ich so schlecht immer war in der Grundschule in Sport und in der weiterführenden Schule in Sport, habe ich prinzipiell auch so ein bisschen meine Lust an Sport verloren. Also ich versuche das wieder so zurückzugewinnen alles, aber, ja, ich würde so weit gehen zu sagen, dass wir als Kinder missbraucht werden und zwar von der Schule, von dem Schulsystem und den Beteiligten da. Klar, nicht prinzipiell von jedem Lehrer, es gab ja auch gute Lehrer, aber wir werden missbraucht und wir werden vielleicht nicht mehr physisch geschlagen, aber wir werden trotzdem noch emotional misshandelt, weil Kindern vermittelt wird, so wie du schreibst, darfst du nicht schreiben, weil Kindern vermittelt wird, die Art und Weise, wie du lernst, ist keine Art und Weise, wie man lernt, weil Kindern vermittelt wird, die Art und Weise, wie du dein Heft führst, ist keine Art und Weise, wie man sein Heft zu führen hat, weil Kindern vermittelt wird, springst du nicht so weit, wie es auf der Skala angegeben ist, dann bist du unsportlich und dann kriegst du eine schlechte Note und dann bist du ein Versager. Dieses ganze System von Noten macht so viel in uns kaputt. So viel. In meinem Grundschulzeugnis habe ich gelesen, Maya kann sehr gut Geschichten schreiben und sie hat einen sehr umfangreichen Wortschatz und sie zeigt besonders viel Interesse und Freude daran, auch eigene Geschichten zu schreiben. und das war mir nicht bewusst und dann bin ich ja auf dem Gymnasium gewesen und das war dann halt da, warst du in manchen Hinsichten noch viel weniger frei. Also da ging es dann halt nie darum, schreib doch mal eine eigene Geschichte oder so, sondern du hast immer dieses Buch gekriegt von irgendwem und das musstest du dann in einem gewissen Zeitraum lesen und dann bin ich immer so halbtot da und habe versucht, dieses Buch zu lesen, habe eh nichts verstanden. Hast du irgendeinen Ausschnitt gekriegt von dem Buch und musstest den dann in der Arbeit analysieren auf Stilmittel und Interpretation und was will mir der Autor damit sagen und zum Beispiel der Deutschunterricht, weil ich den so schrecklich fand in der Schule, hat der meinen ganzen Spaß an Ausdruck und Sprache kaputt gemacht und ich habe verlernt, auch auf eine gewisse Weise ganz lange überhaupt Fantasie zu besitzen und mir Geschichten auszudenken, weil das kein Teil mehr war von so Kreativität, Freigeist war halt in der Schule nicht erwünscht. Ich war mal bei so einem, auch danach noch, ich war mal bei so einem Auswahlverfahren für Projektmanagement und da hieß es dann halt auch so, ja, sie müssen, also da wurde mir damals ein Vorwurf gemacht bei diesem Auswahlverfahren von irgendeinem Volldeppen, Autoritätsperson in dieser Firma, warum ich mich denn nicht ordentlich angezogen hätte und ich habe mich ordentlich angezogen, aber es geht nie so um deine Fähigkeiten und das, ich weiß nicht, das macht mich alles so wütend, es macht mich alles so wütend, weil ich halt, vergleicht man den Zeitpunkt, wie ich diesen YouTube-Kanal angefangen habe, zu jetzt, ich gehe gleich zu sehen, ja, im Moment, vergleicht man diesen Zeitpunkt, wie ich den YouTube-Kanal angefangen habe, zu jetzt, guckt euch mal die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Videos von dem Kanal an, wie ich da geredet habe, wie ich mich ausgedrückt habe, wie ich mich gezeigt habe, wie ich mich gegeben habe und das lag auch alles mit unter, auch an der Schule. Vieles so, dass du deine Meinung nicht mehr sagen darfst, dass deine Gefühle sowieso scheißegal sind und dass dir von außen vorgegeben wird, wie du zu sein hast und bist du nicht so, dann ist das schlecht und dann muss man daran arbeiten. Es wird also mit diesem ganzen System mit Noten und so, wird alles daran gesetzt, einen so eine ganz bestimmte Form zu pressen und wenn du dich da nicht reinpressen lässt, dann bist du ein Versager und ein Loser und dann hast du es nicht verdient, auf der Welt zu leben. So, dann hast du keine Zuneigung verdient und sonst nichts, sondern dann hast du schlechte Noten und dann musst du die Klasse wiederholen und dann verlierst du all deine Freunde und dann kommst du auf die Hauptschule und dann bist du ein Depp. Also nicht, dass Leute auf der Hauptschule Deppen sind, aber das ist das, was ja uns auch so, ne, was, so, und dann hast du keine Chance in deinem Leben und dann hast du vielleicht einen Beruf und dann verdienst du kein Geld. Also es wird doch einem ständig überall vermittelt, man, ja, man, man, weiß ich nicht. Passt du dich nicht, wie gesagt, lässt du dich nicht in diese Form, diese, diese, diese Form, die die Schule, die es so vorgibt, reinpressen, dann, 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 ja, weiß ich nicht. Wird man so weggeschmissen, gefühlt. Dann wird man so weggeschmissen von, von diesem menschlichen System und dem Ganzen. So, dann wirst du halt, dann wirst du alleine gelassen, und dann lachen dich Leute aus und dann wirst du gemobbt in der Schule, weil du halt es noch wagst, deinem Lehrer zum Beispiel zu widersprechen oder es wagst, dich gegen eine Gruppe von Schülern zu stellen, die jemand anderem mobben, nur weil der nicht in der Form ist, in der sie schon selbst drinstecken und, ja, ich weiß nicht, regt mich alles auf, macht mich wütend, ich höre jetzt ja auf zu reden, sonst, sonst, sonst bin ich den ganzen Tag wütend und ich will ja nicht den ganzen Tag wütend sein, aber mich hat das so wütend gemacht, diese Zeugnisse zu lesen. Diese Grundschulzeugnisse, ehrlich gesagt, weil, ich sehe, welche Auswirkungen das hat, auf Leute. Und, wenn du als Kind so sehr da reingepresst wirst und Autoritäten und du darfst nicht so schreiben, wenn du da so sehr, ich weiß noch, da, da, in der wir wollten, ich glaube, das war, war in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule, da hatte dann jeder so seine eigene Art und Weise zu schreiben, aber wir durften nicht unbedingt so schreiben, wie wir schreiben wollten. Der eine wollte halt eher Schreibschrift schreiben, der andere Druckschrift, aber es hieß dann so, ja, nee, wir müssen so schreiben, wie es von uns vorgegeben ist, auf die Art und Weise. Kein Wunder, dass ich dann Lärm beeinträchtigt werde, wenn ich die ganze Zeit gezwungen, weißt du, dann, dann habe ich eine Aufgabe, dann kriege ich eine Aufgabe und die will ich lösen und dann werde ich, bin ich innerlich blockiert und kann die Aufgabe nicht lösen, weil ich diese Worte von den Lehrern in meinem Kopf habe, die mir sagen, du musst dein A besser machen, dein U ist nicht als U erkennbar, du darfst nicht so schnuddelig schreiben, dann bist du da bei der Arbeit und bist vollkommen blockiert und kriegst gar nichts mehr auf die Reihe, weil du nicht schreiben kannst, wie du schreiben willst, sondern weil in deinem Kopf diese Worte sind, dass du es anders machen musst, so als würde ich laufen, wie ich laufe, ja, und so habe ich halt gelernt zu laufen, also zu gehen und so gehe ich gut und dann kommt da aber immer einer und sagt so, nee, sie müssen aber ihr Bein um 45 Grad hochheben beim Laufen und ihre Laufgeschwindigkeit, der misst dann noch die Geschwindigkeit, ihre Laufgeschwindigkeit ist zu schnell, sie laufen zu schnell, sie müssen ihre Laufgeschwindigkeit um 10% reduzieren, so, da wirst du irgendwann verrückt, weil du einfach nicht mehr, du weißt gar nicht mehr, wer du bist, du weißt nicht, wer du bist, weil du immer nur, weil andere Leute dir immer gesagt haben, wer du zu sein hast, und so, so du hast, als Kind weiß man ganz genau, wer man ist, was man gerne macht, du lernst alles intuitiv irgendwie, und dann kommen diese ganzen Leute, für die dann deine Intuition nicht gut genug ist, weil du es dann anders machst als sie, obwohl du vielleicht zu einem selben oder einem besseren Ergebnis oder prinzipiell halt einfach zu einem Ergebnis kommen würdest, und jetzt habe ich den Faden verloren, schon wieder, und das hat sich auch bei mir extrem ausgewirkt, auf alles, so, du darfst nicht öffentlich im Internet über deine Meinung reden, und am besten sagst du auch sonst jemandem, wenn irgendwas ist, was ist, wenn du dann keinen Job mehr kriegst, wenn du deine Meinung sagst, ich habe lieber keinen Job, und hänge irgendwann im Zelt im Wald, und sag dann aber so, sag, was ich denke, und das ist das, was ich denke, unsere Kinder werden in der Schule, in Form gepresst, die dann ihr ganzes Sein kaputt machen, die dazu führt, dass ihre Intuition vergraben wird, dass du verlernst, dass du verlernst, auf dein Bauchgefühl zu hören, das hat auch alles mit dazu tun, dass ich dann auch ständig in irgendwelche tobiosen Beziehungen oder so geraten bin, weil ich überhaupt nicht, ich wusste gar nicht mehr, dass ich Intuition besitze, ich wusste gar nicht mehr, dass ich gefühlt ein Bauchgefühl habe, so, und wie man in meinem Video heute festgestellt hat, wusste ich nicht mal, dass ich Gefühle besitze, und das in dem Sinne, und dass man auch die Gefühle anderer Leute mitempfinden kann, und andere Leute wissen selbst nicht mehr, welche Gefühle sie haben, sie denken dann, die sind glücklich, obwohl sie eigentlich traurig sind, weil sie sich vielleicht auch selbst belügen, so, es geht mir alles ultra auf die Nerven. Ich werde meine Kinder auf keinen Fall ebenfalls in dieses System pressen oder pressen lassen. Vor allem, ich hatte noch Glück, auf eine gewisse Weise, also die Lehrer haben uns vielleicht viel gesagt, so, ja, du musst so und so sein, und du, deine Schrift muss so und so sein, und du musst dieses und jenes können, aber ich hatte das Glück, dass zumindest meine Eltern mir da nicht noch so einen Druck hinter gemacht haben. Meine Mama wusste genau, wie schlimm die Schule für sie war, und wenn ich ihr dann gesagt habe, Alter, ich habe Angst vorm Sportunterricht oder so, dann war die die Letzte, die gesagt hätte, du musst da jetzt aber hin, sondern sie war die Erste, die gesagt hat, ich schreibe dir eine Entschuldigung, dass du nicht hingehen musst. Ja, ich hatte auch ein oder zweimal Gespräche, wo die Noten wirklich schlecht waren, und ich glaube, ich würde das selbst aber nicht mehr so machen, auf die Art und Weise, wenn ich Elternteil wäre. Aber prinzipiell hatte ich wenigstens Glück, dass meine Mama auch mich nie gezwungen hat, Hausaufgaben zu machen, sondern ich habe das, und mein Bruder wurde auch nie gezwungen, Hausaufgaben zu machen. Ich habe zwar immer meine Mama gefragt, warum macht der nie Hausaufgaben, weil ich immer Hausaufgaben, ich habe immer Hausaufgaben gemacht, und der nie, ich habe den nie Hausaufgaben machen gesehen, vielleicht hat er die gemacht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat sie irgendwie, er irgendwie hatte ja sie immer. Und ich saß dann halt immer so da, und habe zu Hause Hausaufgaben gemacht, habe dann immer gefragt, warum muss der keine machen? Aber so im Nachhinein bin ich froh, dass zumindest meine Mama nicht gesagt hat, ja, setz dich jetzt hin, und mach deine Hausaufgaben, und du musst jetzt hier sitzen bleiben, bis du fertig bist. Weil die eine Freundin, die ich mal hatte, wo ich in dem letzten Video, gesagt habe, dass die mich halt auch so dominiert hat, und so, die hatte so Eltern. Wenn ich bei der war, hieß es so, so, und du setzt dich jetzt da hin, und du machst jetzt deine Hausaufgaben, bis du fertig bist. Und ich habe, als Kind habe ich das gesehen, das war dann so, als wäre sie, das habe ich voll verdrängt, das war so, als wäre die in so einem, so einem Gefängnis, dass die Eltern ihr gemacht haben, ihr geschaffen haben, dass du aber nicht, das war, die haben die nicht quasi wortwörtlich eingesperrt, aber sie haben sie emotional eingesperrt, wie so ein Energiefeld um sie rum, das dann so am Tisch war, aus dem sie nicht rausgekommen ist, weil die Eltern auch diese Autoritätspersonen waren, die dann gesagt haben, du musst jetzt da sitzen, bis du fertig bist, und wenn sie da nicht sitzen geblieben ist, hat sie Ärger gekriegt. Und es wirkt sich halt extrem krass auf einen auf. Ich bin letztens so, Entschuldigung, Babywisskas, ich bin letztens so am Neckar lang gelaufen, also am Montag, und dann bin ich so auf dem Weg gelaufen und dachte mir so, Alter, eigentlich musst du gar nicht auf dem Weg laufen. Und es werden überall im Leben so gewisse Wege vorgegeben, so Bürgersteige, also es ist ja nicht schlecht, dass es Bürgersteige gibt, aber so Bürgersteige, Fahrradwege, Fußgängerwege, und mir ist dann aufgefallen, Maja, aber eigentlich musst du gar nicht da lang gehen, wo alle anderen lang gehen. Ja, es werden zwar überall Schilder aufgestellt, gehen sie nicht dahin, Privateigentum, gut, ich würde jetzt vielleicht nicht bei irgendjemandem aufs Grundstück gehen, aber es werden überall Schilder aufgestellt, Achtung, Lebensgefahr, Betreten, Verboten, überall, diese Verbotsschilder, da dürfen sie nicht hin, was machen sie denn da unten, am Wasser, auf dem Steg, so kommen sie mal wieder hoch, aber dann ist mir aufgefallen, Maja, das musst du gar nicht, ich muss gar nicht den Wegen folgen, nicht nur faktisch, sondern auch metaphorisch, weißt du, wenn es so ums Leben geht, man muss nicht den Wegen folgen, denen alle Leute so folgen, sondern man kann auch seinen eigenen Weg gehen, man muss nur verstehen, dass, dass dieses geistige Gefängnis, das andere um einen herum erschaffen haben, dass man da durchgehen kann, auch wenn man denkt, man kommt da nicht durch, man kann durchgehen, weil das keine Materie ist in dem Sinne, keine festen, es ist kein Baum oder so, kein Tisch, gegen den ich laufe, sondern das sind so geistige Gefängnisse, man kann durchgehen und dann kann man seinen eigenen Weg gehen und das möchte ich jetzt viel mehr machen, das möchte ich viel mehr machen, wie gesagt, ich hatte noch Glück, ich hatte wie gesagt Glück, weil meine Mama, wenn ich nicht in die Schule wollte, hat sie mich auch entschuldigt, entschuldigt, weil sie genau wusste, dass ich will nicht in die Schule, nicht Faulheit oder so ist, sondern Erschöpfung, dass man vielleicht auch Angst hat vor manchen Sachen oder dass man irgendwas nicht geschafft hat, meine Mama hatte auch nie Probleme mit einer schlechten Note oder so, die hat mich nie dafür angemeckert oder so, irgendwie, muss man sagen, und mein Papa hat mir immer beigebracht, freier zu denken, so offener zu denken, auf jeden Fall, aber ganz viele Kinder haben halt die doppelte Arschkarte gezogen, die sind vielleicht quasi unangepasst, weil sie ja schneller denken, weil sie anders denken, weil sie unterfordert sind in der Grundschule oder so, die sind so auf diese Art und Weise unangepasst und die haben dann noch Eltern, die aber dann zu Hause auf sie warten und sie schlagen oder so, weil sie halt schlechte Noten mit nach Hause bringen und dann fangen solche Kinder vielleicht an, Unterschriften zu fälschen und wenn das dann der Lehrer mitkriegt und die Eltern, dann sind alle wütend auf das Kind und hacken auf dem Kind rum, obwohl die gar nicht verstehen, dass die schuld daran sind, weil sie dem Kind die ganze Zeit Angst gemacht haben und das sind so Sachen, die machen mich so echt ultra wütend, die machen mich echt ultra wütend, weil ich kein Teil davon sein will und ich will auch nicht mehr, dass unsere Kinder jetzt Teil davon sind. Ich finde, das muss endlich aufhören, das muss grundlegend aufhören, dass wir das machen, dass wir das zur Hand haben. Ja, so, Punkt. Ich lade dieses Video jetzt hoch, jetzt sofort und mache jetzt wieder Busa und beruhige mich, aber das hat mich sehr wütend gemacht. Das hat mich wirklich sehr wütend gemacht. Weil es irgendwie dann auch stimmt, dann hängt man sich so auch an so, so, ja, an so Diagnosen auf oder so. So, ja, ich habe ADHS oder ja, ich habe Autismus oder so und das ist irgendwie, keine Ahnung, ich finde das nicht schlecht, auf eine gewisse Weise finde ich das immer noch nicht schlecht, weil in manchen Hinsichten wenigstens, es ist so, du findest manchmal oder Hochbegabung oder Hochsensibilität oder so, du findest Wörter dafür, die irgendwie dein Verhalten auf eine gewisse Weise erklären und indem solche Sachen wie ADHS oder Autismus dann nicht mehr nicht mehr so stigmatisiert sind. Also jetzt, heutzutage kannst du viel, das habe ich schon das Gefühl, heutzutage kannst du viel eher halt zum Beispiel sagen, ey, mein Kind, keine Ahnung, hat ADHS oder so, aber ich will ihm keine Tabletten geben und dann überlegt man sich, okay, welche Möglichkeiten gibt es, zum Beispiel für Kinder, die unaufmerksamer sind, die Schule trotzdem so zu gestalten, dass sie am Unterricht sich gut beteiligen können und eigentlich, wenn man dieses Wort mal wegstreicht, zum Beispiel ADHS oder so, ist das das, was wir sowieso prinzipiell machen sollten. Jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist, dann hast du halt ein Kind, das ist ein bisschen unruhiger oder ein Kind, das ist ruhiger oder so. Aber wir sollten nicht versuchen, die Menschen zu ändern, sondern wir müssen das Umfeld verändern, dass das Lebewesen, Mensch, Tier, wie auch immer, wer auch immer, so sein kann, wie er, sie, es sein möchte. Wir müssen aufhören zu versuchen, den Menschen zu verändern, sondern wir müssen das Umfeld verändern, unser Menschen gemachtes System müssen wir verändern und wir dürfen nicht mehr den Menschen verändern, ja, das habe ich jetzt sehr oft gesagt, weil das aber sehr wichtig ist, dass wir aufhören, den Menschen verändern zu wollen. Ja, ja, deswegen, so sagten wir, dieser eine Kanal von mir, Majas Regenbogen, wo ich die ganze Zeit diese Lieder hochlade und so ein Depp singe und tanze, das mache ich auch aus anderen Gründen. Das mache ich deswegen, damit auch andere Leute vielleicht da freier werden können. Also, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt immer so hier sitzen würde und alles wäre so hochprofessionell oder keine Ahnung, ich wäre immer so voll geschminkt oder ich hätte mir nicht aus Versehen schon wieder die Nase aufgekratzt oder bei Majas Regenbogen, ich würde immer so, mir vorher so eine richtig coole, krasse Performance überlegen und dann so, so Britney Spears mäßig singen oder so oder Madonna mäßig, dann würden sich alle Leute nur noch schlechter fühlen, weil die denken, boah, warum kann die so gut singen und so gut tanzen, warum kann ich das nicht? Deswegen versuche ich, glaube ich, automatisch auch immer mich ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ich, 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 so ein bisschen Mr. Bean mäßig, ich versuche mich selbst, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen lächerlicher darzustellen, nicht lächerlicher, so meine ich das nicht, aber mich auf so eine Weise auch zu geben, dass andere Leute sich ja auch über mich lustig machen können, aber ich komme damit gut klar und das ist mir egal, aber dass, 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 dass andere Leute sich halt nicht, keine Ahnung, dass man sich nicht so schlechter fühlt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich will halt zeigen, dass, dass du kein Gesangsprofi sein musst und auch kein Tanzprofi, um singen und tanzen zu dürfen, zum Beispiel, irgendwie so, ja, weiß ich nicht, ich versuche in mir selbst, das zu finden, mehr zu sein, wie ich bin und aus diesen Gefängnissen auszubrechen, so wie ich auch versuche, anderen Leuten zu helfen, da rauszukommen, so, das war's jetzt, ich muss auch auf die Toilette und ich muss noch aufräumen, es ist fast schon wieder 18 Uhr, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber das war mir sehr wichtig, das zu sagen, das war mir sehr wichtig, das zu sagen und das müssen vor allem auch mehr Eltern aufwachen, insofern, dass sie ihre Kinder nicht aus Versehen den gleichen Weg gehen lassen, weil wenn du auch als Elternteil mit dir selbst noch nicht im Reinen bist und nicht zufrieden und wenn du selbst, wenn du als Elternteil deinen Selbstwert verloren hast und ihn in Leistungen durch außen suchst, überträgst du das auch auf dein Kind auf eine gewisse Weise, wie willst du, wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wenn du dich selbst nicht lieben kannst und wenn du selbst deinen eigenen Selbstwert noch nicht gefunden hast, wie willst du dann quasi dein Kind lieben können, also das klingt jetzt sehr dramatisch formuliert, so meine ich das gar nicht, aber wenn du dich selbst immer schlecht machst, wie kannst du dann, wie willst du dann positiv der Welt gegenüber sein, irgendwie, man muss schon, man muss sich selbst lieben können, um wirklich auch andere lieben zu können, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das im Allgemeinen verändern, dass unser Gesamtkollektiv aufwacht, finde ich, und wer auch immer sich dieses Schulsystem ausgedacht hat und wer auch immer meinte, man muss Menschen anhand gewisser Faktoren bestimmen und beurteilen, der hatte vielleicht sogar gute Ideen, gute Absichten, und ich meine, das ist ja nicht schlecht, einen Ort zu schaffen, bei dem du Kindern zum Beispiel das Lesen, Schreiben, Rechnen und so beibringen kannst, aber das, was wir mal wieder daraus gemacht haben, PISA-Studien und Noten und du musst in einem gewissen Alter dieses und jenes erreicht haben, das ist das Problem, das ist wie das Smartphone, eigentlich keine schlechte Idee, kann als gutes Werkzeug genutzt werden, wird aber in vielerlei Hinsichten missbraucht und warum? Um den Menschen wieder mal zur Ware zu machen, um den Menschen zu manipulieren, um den Menschen an Apps zu binden, an irgendwelche Systeme, um uns mehr auseinander zu treiben, also uns werden im Leben immer wieder Werkzeuge gegeben, die wir gut nutzen können, die wir aber auch auf böse Art und Weise nutzen, wie Musik, also was da teilweise mit Musik passiert, ist auch schon nicht mehr so schön, so, jetzt sage ich Tschüss.